Dann möchte ich abschließend hier nochmal die Ministerien, hallo, falls einige von euch zugucken, darauf hinweisen. Ja, ihr wisst, der Arkane-Bereich laut Bundesverfassungsgerichtsurteilen ist so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, der Arkane-Bereich, das was aus Sicht der Ministerien schützenswert zum Wohle des Landes ist, ist nicht einfach das, wo ihr sagen könnt, das rücken wir nicht raus. Das müsst ihr auch ausrücken. Das kennt ihr auch von den Untersuchungsausschüssen. Und da, wenn da die Ultima Ratio vonnöten ist, dann wird diese auch angewendet werden. Okay. Alternative News 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 Alternative